Hallo Leute, zu DKC-DBA-Version. Nachdem wir das ganze komplette Fotoalbum gemacht haben, soll ich es euch nochmal zeigen? Ich glaube ich mache es... Ne, ich zeige es euch nochmal schnell. Und zwar jetzt langsam. Und zwar, hier, die erste Seite. Die zweite Seite. Für die Leute, die es jetzt nicht anschauen wollen, weil die es sowieso, glaube ich, vielleicht kennen. Die müssen es nicht schauen, aber ich zeige es nochmal den anderen Leuten. Und ja, ihr könnt es in Ruhe anschauen. Die anderen können dann vorspulen. Ist halt nicht umsonst da der Knopf bei YouTube. Bei YouTube. YouTube. Haha, da ist der Cranky King. Und ja, es... Es würde ein paar vielleicht... Leute bestimmt gerne anschauen, das Fotoalbum. Da geht es auch gleich mit dem Hero-Mode weiter. Das heißt nicht, dass ich jetzt das Hero-Mode diesen Part nicht mache. Das ist nur einfach nur für die Leute, die... ...einfach das Fotoalbum nochmal in Ruhe anschauen wollen. Ich würde aber... Ein Tipp von mir. Ich würde stoppen. Weil ich so lang kann es ja auch nicht wieder reintun. Da wird ein paar zu lang. Das wird langweilig. Deswegen würde ich etwas stoppen, wenn man es noch genauer anschauen will. Der Cranky. Und ja. 100% sind damit schon lange erledigt. Also vom letzten Part schon her. Und... Ich bin mächtig stolz darauf. Weil das war nicht leicht. Das waren richtig asoziale Fotos, manche. Ah, das waren richtig asoziale Fotos. Viele waren asozial. Und ja. Das war auch richtig asozial, dieses Foto. Aber ich mag das irgendwie. Das sieht gut aus. Ja, wir haben... ...das Spiel... ...durch. So. Warte, dann können wir auch aufhören. Und speichern natürlich. Und jetzt geht es auch mit dem Hero-Mode weiter. Jetzt kann ich etwas Skill zeigen, weil der Hero-Mode ist, glaube ich... ...ohne Bonis, ohne alles. Machen wir das? Dann schauen wir mal. Wieder mit JOK. Joke. Alter. Du scheiß Meldung. Alter, wieso kommen jetzt die Meldungen auf einmal? Ähm. Nein. Nein. Nicht Punkt. Nicht Punkt. Nicht Punkt. Warte. K, okay. So. Sehr gut. Hey! Ich bin Squanky King. Schaust du das auch, um Hero-Mode durchzuspielen? Du hast ja schon mal... ...Hauptspielteu... ...äh... ...Probleme gehabt. ...Hauptspielteu... ...Hauptspielteu... ...Wirst du dich schaffen, du Sposti? Du bist ja echt schlecht, Mann. Ich bin Quanky King. Joker ist ein Spost, der schafft es nicht. Der hat keine Chance. Ach, halt's mal Cranky. Ich hab's locker. Es ist ein Hero-Mode. Aber ich werd's, glaub ich, nicht so. Schwer seh ich das nicht. Weil... ...das ist ja der Hero-Mode. What the fuck? Das erleichtert ja übel. What the fuck? Es gibt ja auch keinen Checkpoint. Dann... ...deswegen mach ich auch nicht so schnell. Darf man die mitnehmen? Ja, komm. Ja, das ist ja nicht so schwer. Alter, ich will doch mal da runter. So, dann... ...gib mal hier rein. Aber ich... ...man müsste eigentlich keine Bonus mehr holen. Wie gesagt, wir haben ja die Bonus und alles schon. Trägen mach ich's nicht nochmal mit. Und ja... So, dann haben wir den ersten Level geschafft. Das war nicht besonders schwer. Ich hab keine Leistung. Den Bonus machen wir nicht, wie gesagt. Und ja... So, das nächste Level ist dieses hier. Liana Limbo. Ich weiß grad nicht mehr, wie das hieß. Wie hießen das anders? Hier war normalerweise ein dicker C-Fass. Aber das brauchen wir ja nicht. Weil bei Hero-Mode gibt's sowas nicht. Und hier kann ich etwas meinen Skill zeigen, weil jetzt müssen wir keine Fotos mehr sammeln und keine... ...ähm... ...Bonis mehr. Das heißt, ich kann's ganz gechillt angehen. So wie als Kind. Und ja... Das ist natürlich das Beste, hey... ...die ich so gut umgehen kann. Das ist immer das Jock-Giselle, gell. So. Wir speeden mal hier durch. Ich find's nicht so schwer, die erste Level. Ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und ja... Ja. Boah, ich warte, bis der sich ausgekugelt hat und... Geh rein! Okay. Er hat uns nicht getroffen. Zum Glück nicht. Und da ist Quinky King, aber den besucht man nicht mehr. Müssen wir auch nicht mehr. Wir machen's ja nur in Hero-Mode. Machen die Level schon. Wir haben alles ja schon gemacht. Ich wollte ja nur den Hero-Mode mal machen. Ja. Habt ihr den Hero-Mode? Ich will jetzt keine Abkürzungen versuch mal. Also ich mach keine Abkürzungen. Oh, das... Das... Ding, ey. Loren... Oh, das Loren-Level, ey. Ich freu mich schon drauf, ey. Pff. Oh, ich hab schon sieben One-Ups. Oh, ich bin ja fast auf den Zinger gelandet. Okay. Da wär' normalerweise... Hey, beobacht's mal. Der Nähe wär' ein Ding gewesen. Ja, wie kann er denn das gillen? What the fuck, der glitscht sich ja durch. Egal, ich springe auch viel drauf. Und ja. So, Alter. Was für ein Wichser. Was für ein Wichser. Okay. So, dann haben wir das dritte Level auch geschafft. Das war auch kein Ding. Der erste Level war jetzt kein Ding mehr. Ich finde das eigentlich einfach. Und da ist auch schon ein Wasser-Level. Ein Wasser-Level. Da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen fail. Aber das ist eigentlich auch nicht so schwer. Vor allem, wenn man On-Guard hat. On-Guard bekommt man ja gleich. Und ja. Hier spiel ich mich eigentlich erstmal erstmal richtig durch. Sammeln nicht so viel One-Up-Sälen. Wofür? One-Up? Scheiße, One-Up. Normalerweise brauchte ich den One-Up nur für das Ding. Für das Leben. Äh, für die Bonis und Fotos. Vor allem für die Fotos. Fotos waren ja asozial. Die meisten, aber nicht alle. Und ja, es gab soziale Bonis. Äh, Fotos. Natürlich auch soziale Bonis. Ist ja klar. Aber. Manche waren echt auch sozial. Wie gesagt, ich hab's da blind gespielt. Und. Hier zum Beispiel ist ein Foto. Aber das haben wir ja schon. Erwin ist komplette Foto-Alben schon. Und ich glaub, bei Dicke, äh, bei Hero-Modes gibt's ja keine mehr. Also keine Fotos mehr. Weiß ich nicht, oder? Ist das so, oder? Ne. Hier benutze ich nicht die Abkürzung. Ich weiß, wo die Abkürzung ist. Aber ich werd sie nicht benutzen. Hier werden aber alle wieder in Dicke zu fassen. Und hier ist ein Level Orb. Hier war ein Level Orb gewesen, den wir durch Zufall gefunden haben. Wo wir ein Foto, ich dachte, da war ein Foto. Und da hätten wir, haben wir den Warp gefunden. Ach. Ach, ich bin immer, immer so auf Sicherheitsfuzi. Hab ich gemacht. Natürlich. Was, das krieg ich damit? Ach. Ich dachte, der kommt nicht mehr, Alter. Du scheiß Kritter, ey. Du scheiß Kritter, Alter. Ah, egal, egal, egal. So, ich werd jetzt erstmal nicht ausrasten, weil ich werd etwas, etwas müde. Und da hab ich auch keinen Wiss auszulassen. Heißt ja nicht, dass ich mich jetzt verändert hab oder so. Nur, dass ich's wisst. Ich werd jetzt keine Lust zu machen. Ein bisschen guter Laune. Etwas. Ich werd etwas müde. Ist ja normal. Nee, das war müde. Ja, hier oben wär noch so ein Abkürzung gewesen. Hä? Was? Junge, der will mich verarschen. Ich hab das doch genau getroffen, Mann. Ja, das ist jetzt der Verarsche. Okay, jetzt. Top, go, Alter. Halt, Schnauze, ey. So, warte mal. So, 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 so sieht man sich wieder, mein treuster Freund. Aber das ist eigentlich schon ein schwieriges Level, wenn man's so sieht. Für das erste, äh, für die erste Welt. Hatte ich schon so einen genomen. Alter, schon wieder hab ich das getroffen, Mann. Was zum verfickten Teufel, Alter. Das ist ne Verarsche jetzt. Das ist ne Verarsche, Mann. So. Jetzt aber, jetzt, aber jetzt hat keiner meine Chance. So, Bitch. Keiner hat meine Chance. La, la, la. So. Ja, geht doch. Ne, ich verschieße mich jetzt lieber nicht. Da wäre nämlich auch ein Bonus gewesen. Und hier wäre eigentlich das Halbzeitfass. Aber jetzt ist es nicht mehr da. Warum? Warum verlässt du mich, ey? So. So, hier und wo? Boah, das Level ist echt abfacht, aber... Dann wäre sowieso gestorben. Auch wenn man dicke hätte. Man wäre sofort gestorben. So, auch so bei der Biene. Bei der Biene wäre es nicht so gewesen. Weil da wäre man so... Äh, hätte man noch ein Leben. Wäre mir in der Luft geblieben. Das wisst ihr eigentlich schon. Ihr habt euch schon angeschaut. Warum solltet ihr das in Hero Mode anschauen? Okay, im Hero Mode würde ich auch anschauen, aber... Ich würde es auch davor schon anschauen, damit ich etwas weiß nicht. Aber ich glaube, das kennt eh jeder das Spiel. Ich glaube nicht, dass jemand das nicht kennt. Und Gnaughty. Oh, der heftigste Gegner im Spiel. Ich weiß nicht, ob wir den packen werden. Also, wenn ich bei dem fail, Alter. Also, wenn ich bei dem fail, Alter. Ich kann es mir nie verzeihen. Ich würde es mir nie verzeihen. Okay. Der hat noch ein Leben. Jetzt geht ab. Nee, voll runter. Und ich habe ihn besiegt. Okay, das war kein Ding. Hey, Junge! Du bist aber echt oft gefällt. Wieso bist du so schlecht? Dich jetzt ohne Leben verloren geschafft, du scheiß Spaß. Ha. Quenky ist schon längst weg, aber... Da labert immer noch. Natürlich ist der Quenky-Style, ne? Naja. Deshalb ist es eigentlich nicht so schwer. Ich freue mich, wenn ich mir winkte. Winky hilft uns nicht, eigentlich. Hörst uns nicht wirklich. Aber er ist das Job gesellt, wenn man mit dem besser springt kann. Aber dass er so glitschig ist, ist nervt mich. Wenn er nicht so glitschig wäre, dann wäre ein guter Charakter. Das war schon so klar. Und das Level ist zu Ende. Ja, 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 ja. Und wen sieht man da schon wieder? Unser bester Freund, aber da gehen wir nicht rein. Ich glaube, das ist der Level-Warp, habe ich euch schon gezeigt, wegen dem Foto. Und ja, dann müssen wir das normal schaffen. Wie gesagt, ich mache es ganz normal. Ich bin keine Pussy. Ich schaff das locker. Und es ist, glaube ich, noch schneller, bei der DSN-S. Aber es ist trotzdem nicht so schwer. Warte mal, wo kommen diese Dinger? Ähm, diese Quitters und die... Wie heißen die? Crusher, ne? Ne, nicht Crusher. Keine Ahnung. Quitter in Minecraft. Wenn ich die jetzt mache. Da ist schon einer. Und es ist One-Up auf der Karte. Es ist Jobgesell natürlich. One-Ups sind nie schlecht. Man kann die immer sammeln. Und zum Glück kenne ich das Level etwas aus, wenn ich... Das wäre ich echt am Arsch. Oh, ich wusste, dass hier einer kommt. So. Damals kam in Gekin und noch ein Bon-Up. Nein! Nochmal von neu. Ne. Alter, ist das in der Rotze. Aber egal. Ein Fail. Kann ja paschieren, ey. 69, meine Lieblingszahl. Übrigens. Warum ist es meine Lieblingszahl? Weil es eine coole Zahl ist. Ne. So. 83 Bananen. Wir kriegen hier schon wieder einen Bon-Up wegen den Bananen. Das ist natürlich auch gut. Alter, das ist echt viel schneller als bei den SNS-Version. Viel, viel schneller. Und wir haben schon bereits unseren Bon-Up. Durch die Bananen bekommen. Wie viele Bon-Up haben wir überhaupt? Boah, knappe Sachen. Ich bin knapp ausgeliefert. Ich wäre fast dagegen. Ähm, gerast. Und ja. Ich habe Reflex wie eine Karte. Äh, wie eine Katze. Karte. Okay, Gott. Da wird auch ein Bon-Up bekommen. Alter, den. Ich will immer den Bon-Up. Das ist einfach nicht so leicht eigentlich. Ich schaffe das irgendwie immer. Wenn daran schon gewöhnt ist, zu. Oh, nein. Nein. Da kommt der Quitter angerast. In seinem BMW. Und macht einen Unfall ohne zu schauen. Alter, wie können die überhaupt... Ich weiß, ich verstehe den Sinn nicht. Wie können die überhaupt von links, äh, von rechts kommen? No homo. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Alter, das geht ja ab hier, weil... Wie Harry in der Disco. Aber der Sprung ist nicht mehr so schwer, weil der... Aber ich frage mich immer noch, wie die von, ähm, da rechts kommen. So, hier geht's über bergab hier. Ich bin immer auf einen richtigen Speed auf. Und ich will dich wieder in den Bon-Up und dann krieg ich wieder ein. Eigentlich krieg ich nur Bon-Ups. Ich verliere eigentlich kein richtiges Leben. Aber ich feile. Und da kommt eins. Das muss nicht. Oh, knapp. Ah, Gott. Nein, wieso mache ich da immer einen Fehler? Ich springe dazu. Hopp. Noch ein Versuch. Beim Lauren-Level fail ich oft. Wieso fail ich beim Lauren-Level so oft? Weiß ich nicht. Und ja, ich zeige euch noch ein paar Level-Warps. Hoffentlich. Oder soll ich den extra Part zeigen, alle? Vielleicht aber nicht alle. Das ist ja ein Problem. Und nein, dich will ich nicht. Dich will ich nicht eigentlich. Aber egal. Der Oma-Oma ist einfach ganz chillig. Wir müssen ja nicht so viel erreichen. Da Oma einfach alle. Da-da. Da-ba-dam. Da-da-da-da-da-da-da-da. Schau. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da unten ist ja irgendwo eine Stadue. Die wollen natürlich die Held. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So, dann haben wir 500. Ungefähr. Da-da-da-da-da-da-da-da. Reicht mir! Fünf One-Ups passt per Stelle Aber ich muss wieder von vorne anfangen Das ist natürlich ein blödes Ding Aber ist ja nicht egal Wir haben One-Ups gefarmt Aber nicht so weit Es ist ja nicht so weit vorne Ähm, Start Wo wir waren Bis dort komme ich locker in eigentlich Das war ja hier Vielleicht Hier und Nee, nicht hier, aber jetzt Alter, das sollte doch jetzt gleich kommen, Mann Alter, das ist doch nicht weit Wo ich war Ja, es kam danach Und zwar hier Jetzt Oh, naja, okay Ich hab fast mein Reflex verloren Ich dachte schon, bald kommt der Ding Twitter in Minecraft Ihr wisst, was das heißt Plus, close, blau und schnau Nein, nein, heißt das nicht